Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Markus an. Dieser hat über 17 Traffic-Ströme geschrieben, welches er mit 4,8 Sterne bewertet hat. Und wie seine Meinung im Venteuer ausschaut, erfährst du jetzt. Hey, mein Name ist Markus und ich bin seit mehreren Jahren im Online-Business tätig. Ich teste viele digitale Produkte rund um das Thema Affiliate-Marketing, um es so einfach und effektiv zu gestalten, wie es nun geht. Heute möchte ich mal von meinen 17 Traffic-Strömer Erfahrungen schreiben und euch einen tieferen Einblick in den Videokurs geben und euch die Wahrheit über Traffic erzählen. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein absoluter Fan von Ralf Schmitz bin. Ich finde nicht nur seine Art sehr sympathisch, sondern auch seine Lehrvideos und seine Erfolge im Online-Business. Falls jemand Ralf Schmitz noch nicht kennt, gibt es hier kurz einen Einblick über ihn. Ralf Schmitz trägt im Online-Marketing den Namen Affiliate-König, nicht nur von ungefähr. Seit 2006 ist er bereits als erfolgreicher Einzelkämpfer im Internet unterwegs, um sein Geld zu verdienen. Er hat sogar seit 2011 ein Team um sich herum aufgebaut, weil er alleine nicht mehr den Umsatz von 5 Millionen Euro fertig wurde. Wer schon einmal auf einem Webinar von Ralf Schmitz war, weiß, dass dieser Mann wirklich fundiertes Wissen an seine Kunden weitergibt. Auch das 17 Traffic-Ströme-Produkt hält diesen Anspruch stand. Ralf Schmitz ist außerdem bekannt für sein Event die Affiliate Days, welche alle zwei Jahre stattfinden. Weitere Produkte von Ralf Schmitz sind unter anderem das perfekte Leto-Business, der Low-Cost-Baden-Bummler, die Affiliate-Webinar-Blackbox und der VIP-Affiliate-Club. Ich denke, das ist erstmal genug Informationen über ihn, da es ja hier um das Produkt 17 Traffic-Ströme gehen soll. Wem das natürlich nicht reicht, kann den Namen googeln, aber bitte nicht mit dem deutschen Komiker verwechseln. So, aber jetzt wieder Spaß beiseite. Wer kennt dieses Problem nicht? Die Webseite ist fertig, man hat sich viel Mühe gegeben, dass die Seite richtig einladend aussieht. Die ersten Besucher kommen, aber das ist nicht von langer Dauer. Da man eh schon wenig Zeit hat, versucht man seine Traffic vielleicht mit Paketen zu kaufen. Meine Erfahrungen mit solchen Angeboten sind extrem schlecht. Da diese Besucher meist irgendwelche Bots sind, die 5 Sekunden auf die Seite gehen und dann wieder weg sind. Diese Art von Traffic kann das Google-Rank in deiner Seite extrem verschlechtern. Also lieber Finger weg von Angeboten wie 5 Millionen Besucher für 3 Euro. Erstens ist es schwer, eine gute Plattform zu finden, die die richtigen Leute anspricht, keine Bots sind und nicht nur durch das Klicken ein paar Cent verdienen wollen. Zweitens nimmt das Suchen auch viel Zeit im Anspruch. Und drittens haben die seriösen Plattformen in diesem Bereich auch einen extrem hohen Preis, meiner Meinung nach. Deswegen sollte man sich meiner Meinung nach um seinen organischen und echten Traffic selber kümmern. Denn wenn man das richtig anstellt, kann das drei Vorteile haben. Und zwar erstens qualifizierter Traffic, zweitens hochwertiger Traffic, drittens Unendlichkeitstraffic. Aber jetzt fragt ihr euch genauso wie ich und jeder andere, der in das Affiliate Marketing Geschäft eingestiegen ist. Wie und wo bekomme ich solchen Traffic her? Und da kommt jetzt der Videokurs von Ralf Schmidt ins Spiel. Denn er zeigt dir ausführlich mit 17 Traffic Ströme, wie du an guten und vor allem auch hochwertigem und nachhaltigem Traffic ankommst. Gleich auf der ersten Seite erklärt dir Ralf Schmitz, wie du mit seinen Videos arbeitest, wie das Menü funktioniert und was sich dahinter verbirgt. In 17 Videokursen wird jede Methode mit bis zu 6 Videos Klick für Klick erklärt und gezeigt. Vielleicht kennst du ja schon den einen oder anderen Tipp. Falls das der Fall ist, sollte dich das beunruhigen. Denn Ralf Schmitz beleuchtet bekannte Tipps manchmal von einer ganz anderen Seite. Und wow, was ja auch für unkonventionelle Methoden zeigt, die echt sehr viel Traffic einholen. Darauf wäre ich nie gekommen und wahrscheinlich auch andere Profis nicht. Also der absolute Wahnsinn und wirklich empfehlenswert. Auflisten kann ich sie hier natürlich nicht, aber mach dich auf einige Aha-Erlebnisse gefasst. In der Bonus-Video-Reihe erklärt dir Ralf in 18 Videos wichtige Tools und Funktionen, die du für dein Web-Business nutzen solltest. Diese Bonus-Videos bekommst du sonst nur in seinem VIP-Affiliate-Club, welcher satte 997 Euro kostet. Mein persönliches Review zu meiner 17 Traffic-Ströme-Erfahrung. Da Ralf Schmitz möchte, dass es jeder Laie versteht, finde ich es teilweise in manchen Punkten zu langgezogen. Aber lieber so, als dass Fragen offen bleiben. Und auch wenn ich schon ein paar Traffic-Methoden kannte, wurden diese meist nochmal anders beleuchtet. Dadurch konnte ich mir selbst noch ein paar Tipps rausfischen. Auch wenn man eigentlich mit Affiliate-Marketing Geld verdienen möchte und jeder Cent doch gerade am Anfang schmerzt, weil die Webseite vielleicht noch nicht so viel eingespielt hat, sollte man diese 97 Euro unbedingt investieren. Denn dieses Geld ist nicht rausgeschmissen, sondern fährt dir später richtig viel Geld ein. Je nachdem, ob und wie gut du diese Tipps umsetzt. Wenn man das mal mit anderen Schulungen vergleicht, wo teilweise viel Schrott angeboten wird, ist das Preis-Leistungs-Fail ist für diesen Kurs mehr als top. Ohne Traffic kann keine Webseite der Welt erfolgreich werden. Auch wenn das eine Phrase ist, die ihr schon tausende Mal gehört habt. Das ist doch die absolute Wahrheit. Solltest du noch Fragen zu meinen 17 Traffic-Strömer-Erfahrungen oder zum Produkt an sich haben, kannst du gerne einen Kommentar hinterlassen. Dort kannst du auch von deinen eigenen 17 Traffic-Strömer-Erfahrungen schreiben. Nicht die schönste, der beste Webseite der Welt produziert Geld, sondern die mit dem meisten Traffic. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bebette dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von produkt-kenner.de Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.